Wie geht das eigentlich, die wahre Natur entdecken? Gibt es da einen Trick? Vielleicht einen kleinen? Erinnerst du dich daran, als du klein warst, ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge und vielleicht draußen gewesen bist abends und den Sternenhimmel bestaunt hast? Gab es eine solche Situation? Ich kann mich an so etwas sehr gut erinnern. Als ich ein kleiner Junge war, war ich sehr oft draußen und habe immer gestaunt. Ich habe mir den glitzernden Sternenhimmel angeguckt und da, wo ich wohnte, mitten auf dem Land, gab es auch keine große Umgebungsbeleuchtung, sodass es ein wunderbarer Sternenhimmel war. Doch mich hatten nie die Sternenbilder an sich interessiert. Es war mir also vollkommen egal, ob ich den großen Wagen sehe oder den kleinen oder die Milchstraße. Natürlich habe ich da einmal hingeschaut und als mir mein Vater erklärte, das ist die Milchstraße, fand ich das auch interessant, aber viel interessanter oder besser gesagt, erstaunlicher fand ich den unendlichen Raum. Ich habe dann da gesessen oder gestanden mit halboffenem Mund in die Tiefe des Alls geguckt und irgendwas in mir wusste, dass dort etwas Heiliges sich befindet oder dass dieses ganze Gefüge etwas Heiliges an sich hat. Ich kann es gar nicht besser beschreiben, aber das bedeutet, dass ich schon seitdem ich klein bin, einen gewissen Bezug hatte zu dem Größeren, was auch ich bin. Damals wusste ich es natürlich noch nicht. Wie war es bei dir? Hast du auch früher eher auf den Raum geachtet und die Tiefe des Universums bestaunt oder warst du mehr interessiert an den Sternen selbst und wie sie heißen und in welchen Konstellationen sie auftreten? Bei diesem Vorgang handelt es sich um zwei Arten des Einbewusstseins, wobei es natürlich ein Bewusstsein nur gibt, aber ich nenne es mal zwei Arten des Bewusstseins, damit du es in dir besser unterscheiden kannst. Das eine, wo wir eher auf die Sterne konzentriert sind und auf die Namen, auf die Etiketten und die Konstellationen, handelt es sich um Formbewusstsein. Also unser Bewusstsein oder besser gesagt das eine Bewusstsein, das wir sind, legt fast die ganze Achtsamkeit auf die Form und heftet sich an die Form. Und dadurch verschwindet die Aufmerksamkeit, die Breite und die Tiefe für den Raum. Der Raum, der erst den Formen gestattet, zu sein. Und dieses Verhalten des Bewusstseins zieht sich bis in unser heutiges Erwachsenenleben hinein. Formbewusstsein. Wenn wir viel denken, wenn wir fühlen, alles was wir wahrnehmen durch unsere Sinnesorgane, also Erfahrungen machen, denn Erfahrungen sind nichts anderes als unsere Sinneswahrnehmungen, gepaart mit Gedanken und Gefühlen und dann wird das irgendwo abgespeichert und wieder abgerufen und dann sagen wir, das ist meine Erfahrung. Und diese Erfahrungen bilden eine Geschichte und das bildet dann das Ich, ein Ich-Gefüge in uns, für das wir uns irrtümlicherweise halten. Das eine Bewusstsein, das du bist, verkleinert sich also auf eine von ihm selbst geschaffene Figur, die aus Form besteht, Gedankenformen einer Geschichte mit Emotionen, Gefühlen und einem Erfahrungsschatz. Und das hat schon seinen Beginn genommen in der Kindheit. Wenn du jemand bist, der mehr auf die Sterne achtet, kann es gut sein, dass du ein starkes Formbewusstsein hast und wenig Raum im Inneren besitzt. Bist du aber jemand, der den Raum auch schätzt, die Tiefe, das Unerklärliche, für das es keinen Namen gibt, kann es sein, dass du schon mehr inneren Raum hast. Es muss nicht sein, aber es ist sehr wahrscheinlich. Der äußere Raum, den du fühlst, den du spürst, den du wahrnimmst, den du gar nicht benennen kannst, spiegelt den inneren Raum, deinen inneren Raum wieder. Und da gibt es auch im Grunde keine Trennung zwischen inneren und äußeren Raum. Alles ist eins, aber das sogenannte Äußere ist nur eine Reflexion deines Bewusstseinszustandes. Raumbewusstsein ist das Erspüren, das Erkennen, dass es etwas gibt, die Uressenz, der Urgrund, den wir nicht benennen können, der es jeglichen Formen erlaubt zu sein. Und im Intro sprach ich davon, dass es vielleicht einen kleinen Trick gibt, um das zu erkennen. Wenn du also dich in Stille hinsetzt und mal hineinspürst und achtsam bist, wach und achtsam und präsent, wirst du merken, dass in dir auch Geschichten ablaufen, die Ich-Geschichte mit Gedanken und Gefühlen, vielleicht auch Stimmungen, Verstimmungen, mit allem, was dazu gehört. Dieser Körper sitzt dann wahrscheinlich irgendwo rum auf einem Sofa oder auf einem Kissen oder sonst wo. Und alles gehört zu dieser Form, die erscheint dazu. Wenn du aber erkennst, dass du die Formen im Auftauchen erkennen kannst, also im Dasein erkennen kannst, wenn du das So-Sein der Formen bestätigen kannst, bist du das Bestätigende, der Bestätiger oder die Bestätigerin, was für ein seltsames Wort, denn da gibt es überhaupt kein Geschlecht, aber ich versuche, wenn es manchmal geht, geschlechtsneutral zu sprechen, was nicht immer leicht ist. Die deutsche Sprache gibt auch nicht alles her. Also du bist das beobachtende Sein, was jegliche Formen bestätigen kann. Du bist das ewige Subjekt. Was hierbei aber noch wichtig zu erkennen ist, dass wenn wir, sobald wir Begriffe benutzen, die Welt oder das, was ist, scheinbar in zwei Teile spalten, in zum Beispiel die Erfahrung und der Erfahrende oder in das Beobachtete und in das Beobachtende, also dasjenige, was alles beobachtet. Da scheint es also zwei zu geben. Das ist das Wesen der Dualität. In der Dualität gibt es immer Subjekt und Objekt. Und wenn ich manchmal von dem ewigen Subjekt spreche, ist es in Wahrheit kein Subjekt, weil es nur das eine ist. Und dieses eine Subjekt, das Sein, deine Essenz, das Bewusstsein, das Unmanifestierte, das Unbenennbare, das Tao, da gibt es tausend Begriffe für, kann sich nicht selbst direkt erkennen. Warum nicht? Weil das Unmanifestierte unmanifestiert ist. Es kann sich nur im Grunde über einen Rückschluss, wie über eine Spiegelung erkennen. Und das geht so, indem es erkennt, alles was hier ist, was hier erscheint, bin nicht ich. Beziehungsweise bin ich dauerhaft nicht, denn alle Erscheinungen hier, alle Formen kommen und gehen. Häuser kommen und gehen, sogar die Erde kommt, ist gekommen und wird irgendwann gehen. Gedanken kommen und gehen, Gefühle, Situationen, alle Formen kommen und gehen. Und das kann erkannt werden. Wenn das Vergängliche erkannt wird, kann es ja nur das Unvergängliche sein, was das Vergängliche erkennt. Aber sich selbst kann es nicht sehen. Es ist nur wie ein Anwesenheitsgefühl, das durch diesen Körper geschieht. Deswegen können wir dankbar sein für dieses sensible, wertvolle Instrument. Denn der Körper hier, der ist nicht abzulehnen oder zu verfluchen oder zu verteufeln, sondern den dürfen wir sehr wohl akzeptieren. Denn mit dem Körper, durch den Körper, können wir erkennen, was wir nicht sind und können unsere eigene Anwesenheit spüren, das zeitlose Ich bin, das Raumbewusstsein. Lege fortan mehr Achtsamkeit auf den Raum in dir, also auf die Lücke zwischen den Gedanken, auf die Stille, aus denen deine Gedanken und deine Gefühle emporsteigen. Habe Geduld, wenn du mal gereizt oder verstimmt bist. Sage nichts, bleibe still und sehe, wie schnell diese Stimmung sich wieder ändert und vergeht. Und du, das ewige Ich bin, bleibt. Der Trick ist also, es ist gar kein Trick, es ist nur eine Aufmerksamkeitsverschiebung, besteht darin, dass du dem Raum in dir mehr Aufmerksamkeit schenkst. Du bist dieser Raum. Du bist die Stille. Du bist der ewige Frieden. Und je mehr Aufmerksamkeit du auf diese Stille legst, umso heiler wirst du und umso friedlicher wird es in dir. So hast du einen Ankerpunkt gefunden, der unzerstörbar ist und zeitlos und immer wenn es dir im Menschsein nicht so gut geht, kannst du darauf wieder dein Augenmerk legen und schon wirst du merken, wie schnell es wieder stiller und friedlicher in dir wird. Und wenn man nur aus Formbewusstsein besteht, wirst du natürlich wie eine Welle im Ozean immer hin und her geschüttelt und das gefällt dir wahrscheinlich gar nicht. Aber indem du auf das Formlose Achtsamkeit legst, wirst du immer stabiler, friedlicher und freudvoller. Der Raum weitet sich aus, das ist das, was du bist, Frieden strahlt aus durch den Körper, das ist deine Funktion und du hast das ewige, zeitlose Sein entdeckt. Untertitelung des ZDF, zu verabschiedern, die Funktion und du hast die Funktion und die Funktion aus, viel zu werden, die Funken und die Funktion Auch nur durch die Funktion und die Funktion Vielen Dank.